Meine Damen und Herren, willkommen zu der Power Tower. Sit down and get up in the ear with us. Zu spät, warum hast du mir liebte? Ah, Moment, wenn wir ein Hähnchenhalter an Bord haben und da waren noch zwei, also zwei Paare, da müssen wir uns ein bisschen romantisch machen. Moment, wir schalten noch auf Romantik. Moment, wir schalten noch auf Romantik. Ja, wir können auch romantisch, so sensibel, so einfühlsam, so verkuscheln. Ja, 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 ja. Das wollen wir mal nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, alle noch glücklich? Habt ihr euch getrennt unterwegs? Schade, ich dachte, ich hätte jetzt eine Chance. Wir waren doch schön am Abend. Vorhin hat sie ja geredet, ne? Hier war was los. Weiter, weiter. Sie ist aber sehr trocken aus, wie schon. Trocken bist du. Trocken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.